Wenn wir all das, was wir täglich brauchen, Schadstoff und Lärmarm sowie effizient transportieren wollen, dann ist der moderne Euro 6 LKW die ideale Wahl. Seit 2014 müssen alle neu zugelassenen LKW dieser Euro 6 Norm entsprechen. Das hat viel bewirkt. Etwa den Rückgang der Fahrzeugemissionen um 98 Prozent seit Beginn der Euro Normen und die Reduktion beim Partikelausstoß um 97 Prozent im gleichen Zeitraum. Alle Hersteller haben viel in die Motorenentwicklung investiert und garantieren niedrigste Abgaswerte, geringsten Partikelausstoß und damit auch beste Wirtschaftlichkeit. Für uns Hersteller und auch für die Transporteure ist Euro 6 nicht nur eine gesetzliche Vorschrift, sondern ein echtes Anliegen. Wir wollen die Umwelt schonen und das können wir mit Euro 6 sehr gut. Der Euro 6 LKW sichert damit rund 11.000 österreichischen Transporteuren eine saubere und nachhaltige Transportlogistik, damit die Friends on the Road auch in Zukunft bringen, was sie täglich brauchen.